Die Ukrainer haben sich zumindest bis auf weiteres auf der linken Seite des Dnipro festgesetzt, also man könnte sagen einen Brückenkopf gebildet, während wir weitere Informationen bekommen über die schweren russischen Verluste bei Avtivka sowie unter ihrem fliegenden Gerät unter den Hubschraubern durch die Attack-Ams-Angriffe. Dies und mehr in diesem Lagebild. Hallo und herzlich willkommen. Wir fangen im Norden der Front an, hier an der Ostfront. Von den Russen gibt es Angriffe praktisch auf weiten Teilen der Front, wo Angriffe gemeldet werden. Ich beschränke mich daher darauf, wo sie Erfolge hatten und zwar hier bei Ivanovka sind sie in etwa in diesem Gebiet vorgerückt. Ich habe hier eine Geolokalisierung und Sie sehen, die ist zumindest fast schon oberhalb der Ortschaft selbst. Also in diesem Gebiet hier, irgendwo hier, haben sie etwas an Gelände gewonnen. Das haben wir jetzt geolokalisiert. Die Ukrainer haben an mehreren Stellen Gegenangriffe durchgeführt. Angefangen bei Sünkivka, was hier ist, über Ivanovka, runter zu Novoyehorivka hier, wie auch zu Makivka und natürlich wieder im Serebrianzgewalt. Ich kann bei keinem ukrainischen Gegenangriff einen Erfolg verzeichnen. Also die sind wohl alle gescheitert, die ukrainischen Gegenangriffe. Südlich des Sivirski und jetzt gibt es weitere Kampfhandlungen. Die Ukrainer melden Erfolge bei Bachmut. Sie sagen, sie hätten die Eisenbahnlinie passiert und sich auf der anderen Seite dauerhaft festgesetzt. Sie erinnern sich, dass hier war die Frontlinie, wo die Russen den Vorteil hatten, dass die Ukrainer praktisch über den Bahndamm rüber müssen und sich damit natürlich exponieren müssen. Die Ukrainer sagen, sie hätten sich dort nun bei Sünkivka dauerhaft festgesetzt. Ob das nun hier ist oder hier, kann ich nicht genau determinieren. Allerdings haben wir einen sehr kleinen russischen Millblogger, der ebenfalls bestätigt, dass sie drüber gegangen sind. Hier muss ich allerdings sagen, der ist mir nicht wirklich bekannt, wie zuverlässig der ist. Also ob das eine wirkliche abschließende Bestätigung ist, kann ich in dem Zusammenhang nicht sagen, weil ich zu wenig über die Genauigkeit seiner vergangenen Meldungen sagen kann. Aber zumindest theoretisch hätten wir die Erklärung, dass die Ukrainer wahrscheinlich hier drüber sind. Es wird auch gesagt, sie seien in Richtung Upitne, hätten sie erste Erfolge erzielt. Aber hier irgendwie einen rasanten Durchbruch oder sowas ging eindeutig zu weit. Es ist weiterhin ein zähes Kämpfen um jede Position und jede 50 bis 100 Meter, die man vorrückt, sind bereits ein Erfolg. Weiter südlich bei Avtivka haben die Russen ja eine größere Offensive begonnen oder eine intensivere Offensive vor jetzt so langsam zwei Wochen, wo sie versucht haben, Avtivka einzukesseln oder zumindest die Ukrainer durch den Druck, durch die Drohung der Einkesselung zum Rückzug zu zwingen. Dabei haben wir neue Geländegewinne der Russen, die wir bestätigen können. Und zwar wurden hier russische Positionen direkt nordwestlich von Spartak identifiziert. Wenn wir uns das hier auf der Karte anschauen, dann müsste das hier sein. Das ist im Ganzen nicht viel. Das sind hier ungefähr 400 Meter. Aber hier muss man klar sagen, dass die das sind Positionen, die die Ukrainer gehalten haben, seitdem sich die Front 1415, also vor acht bis neun Jahren stabilisiert hat. In diesem Zeit, diese Positionen hier haben die Ukrainer dann gehalten. Die sind also stark befestigt gewesen. Dort haben die Russen seit Kriegsbeginn keinen wirklichen Erfolg gehabt. Seit Intensivierung des Krieges, muss man ja sagen, seit der vollen Invasion im Februar 2022 haben die Russen hier keinen wirklichen Erfolg gehabt. Das heißt, wenn sie an so einer Stelle 100, 200, 300 Meter vorrücken und eine ukrainische Position nehmen, dann ist das zwar nicht viel in der Distanz, aber durchaus von Bedeutung. Denn das sind die Stellungen, die Avdivka im Süden geschützt haben, nun über anderthalb Jahre schon. Also hier ist es keine gute Nachricht für die ukrainische Seite. Das muss man so sagen. Die Russen melden weitere Erfolge an verschiedenen Orten, die ich nirgends bestätigen kann. Wir haben einen ukrainischen Millblogger hier, der davon spricht, dass sie, der hier macht hier eine lange Liste an gescheiterten Angriffen, aber sie sagt, sie seien mehrere hundert Meter Spartak Avdivka vorgerückt. Das dürfte das sein, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Dann auch Wodiane Nathailovo und Wodiane Tonenkoje. Und ich vermute, dass zum Teil hier das hier mitgenannt wird. Das Problem hierbei ist, dass ich nicht weiß, in welchem Zeitraum er das verordnet. Ich habe Ihnen vor zwei Lageberichten, glaube ich, gemeldet, dass dieser Vorsprung hier von den Russen erobert wurde. Vielleicht fasst er den damit noch zusammen. Vielleicht behauptet er, es habe frische Vorstöße gegeben. Das ist nicht ganz klar. Ich sehe zumindest keine ansonsten, keine Eingeständnisse von ukrainischen Misserfolgen, dass die Russen sie zurückwerfen konnten. Und ich kann auch noch keine Bildbelege finden. Also es ist möglich, dass die Ukrainer weitere Geländeverluste erlitten haben. Ich kann es nur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Also auch hier haben die Russen weitere kleine Erfolge, aber eben kleine und unter schweren Verlusten. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ansonsten weiter südlich wird natürlich auch gekämpft. Die Kämpfe gehen auch bei Marinka weiter. Hier und bei Novo Wodiane haben die Russen etwas Erfolg gehabt. Sie müssten in etwa hier hin vorgerückt sein. Auch hier habe ich wieder eine Geolokalisierung, die gemacht wurde. Und das ist hier. Und wenn ich zumindest das nicht falsch verordne, müsste das diese Baumreihe hier sein. Und in etwa hier. Also da sind sie näher an die Ortschaft herangerückt. Novo Mikhailivka, ich weiß nicht, ob ich Novo Wodiane gesagt habe. Ich meinte natürlich Novo Mikhailivka. Hier ist sehr wichtig. Einerseits schützt es Marinka vom Süden und andererseits ist diese ganze, dieser ganze Frontbereich gehört wahrscheinlich zu einem der wichtigsten der Ukrainer aktuell in der jetzigen Phase. Denn solange sie hier sind, können sie zuverlässig verhindern, dass die Russen diese Eisenbahnlinie nutzen. Wir haben in der Vergangenheit darüber, wurde darüber gesprochen, dass die Russen daran arbeiten, neue Eisenbahnlinien zu bauen. Zumindest wirkt es sich so irgendwo. Hier haben sie, glaube ich, auf dem Fluss, sind jetzt plötzlich Bilder aufgetaucht, dass sie dort eine Brücke bauen. Es gibt Berichte oder Gerüchte, dass auch im Süden eine Eisenbahnlinie gebaut wird. Also die Russen reagieren darauf und versuchen dafür zu sorgen, dass ihre Verbindungslinien im Süden auch im Falle einer Zerstörung der Kerzbrücke aufrechterhalten bleiben und sie weiter ihre Eisenbahn dafür einsetzen können. Aber hier besteht eben eine Eisenbahnlinie, die aktuell nicht zu gebrauchen ist. Aber für den Fall, dass die Ukrainer hier am Boden verlieren und sagen wir mal auf eine Linie in etwa so weit zurückgeworfen werden, könnten die Russen diese Eisenbahnlinie ziemlich sicher wieder in Betrieb nehmen. Und das würde die gesamte Nachschubsituation der Russen im Süden erheblich verbessern. Also hier Novo Mikhailivka ist wirklich extrem wichtig aus diesem Grund, denn wir sind hier in einer Mörserreichweite. Und Mörser sind die einfachsten, kleinsten und billigsten Artilleriegeschütze, wenn man es so einfach herunterbrechen will. Das sind die, die Sie vielleicht auf Bildern schon gesehen haben, wo man diese Granate oben in ein Rohr hineinrutschen lässt, zumindest bei den leichteren. Und die dadurch von wenigen Soldaten bekämpft werden können, günstig einzusetzen, leicht zu verstecken etc. Und aktuell befindet sich diese Eisenbahnlinie de facto in Mörserreichweite und ist damit, daher ist es ausgeschlossen, dass die Russen diese benutzen können. Wenn sie es aber schaffen sollten, dort die Ukrainer zurückzudrängen, dann wird sich mit einer gewissen Übergangszeit natürlich, aber dann kann sich die Situation der Ukrainer im Süden merklich verschlechtern, weil die russischen Nachschublinien sich erheblich verbessern, die Nachschubsituationen sich erheblich verbessern. Bei Vule, da gab es einen russischen Angriff, der ist gemeldet worden, hier bei Shevchenko, hier unten. Da haben sie wohl irgendwo versucht, in diese Richtung hier vorzustoßen, in Richtung dieser Straße. Ich kann nicht bestätigen, dass diese Angriffe erfolgreich waren. Und an der Oblastgrenze südlich von Velika, Novosilka, haben wir Meldungen von ukrainischen Angriffen, aber nur auf Stoßtruppniveau, also Sabotage-Truppen nennen die Russen das. Ich gehe mal davon aus, wir reden von drei bis fünf Mann, die hier und dort mal vorrücken. Das sind ziemlich sicher keine ernsthaften Versuche mehr, die Front noch in irgendeiner Art und Weise von Seiten der Ukraine zu bewegen. Stattdessen greifen die Russen bei Nowodonetska an, in Richtung Norden. Sie greifen in Richtung Staromajorska und Uroschayna an, zu beiden Seiten des Flusses. Und bei Priotene hatten sie Erfolg und konnten die Ukrainer ein Stück weit wegschieben. Das heißt, wir müssen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt an diesem Abschnitt der Front schlicht konstatieren, dass die Initiative zur russischen Seite gewechselt ist. Die hat nun hier die Initiative inne. Südlich von Urihev wird weiterhin gekämpft. Hier wird ja darum gekämpft, den Durchbruch nach Süden sozusagen. Hier ist den Ukrainern ein Einbruch in die russische Front gelungen. Und hierbei haben die Ukrainer auch neue Erfolge zu vermelden, nämlich nordwestlich von Verbove. Hier sind sie etwas vorgestoßen. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, dass es sehr wichtig für sie sein wird, in Richtung Novo Fedorivka vorzustoßen. Und auch Kopani, da haben wir ja jetzt auch in den vergangenen Wochen zahlreiche ukrainische Angriffe gesehen. Denn selbst wenn sie aktuell nach Süden vorstoßen könnten, könnten sie es eigentlich nicht wirklich machen, weil sie viel zu sehr von der Einkreisung, von einem Abschnüren bedroht sind, solange sie die Flanken nicht weiter zur Seite schieben, solange sie sozusagen nicht ihren Einbruch verbreitern. Vertiefen ist schön und ist wichtig, aber ohne den Einbruch verbreitert zu haben, können sie hier schlicht und ergreifend zu schnell abgeschnürt werden. Und da haben wir jetzt Unternehmungen und auch immer wieder kleinere oder man muss leider wohl fast sagen kleinste Erfolge der Ukrainer. Der ukrainische Generalstab meldet auch Erfolge bei Robotine und Verbove bis zu 400 Meter. Aber ich sehe keine Bildbelege. Ich habe keine der üblichen russischen Milblogger, die auch durchaus mal eigene Nachteile, eigene Verluste zugeben. Habe ich nicht gefunden, dass die dies getan hätten. Das heißt nicht, dass der ukrainische Generalstab was Falsches gesagt hat. Das heißt nur, dass ich diese ukrainischen Erfolge, die die Ukrainer für sich beanspruchen, aktuell einfach nicht bestätigen kann. Was ich eigentlich bestätigen kann, ist das genaue Gegenteil. Und zwar sind hier ein BMD-4 und ein Panzer gesichtet worden in Aufnahmen. Das heißt, es müssten Luftlandetruppen sein. Die sind mit BMDs unterwegs und die sind hier gesichtet worden. Und das ist pikant, denn wenn wir schauen, ist das direkt bei Novo Prokopivka und sogar ein Stück weit nördlich davon. Das ist, wir haben hier diese Linie, die sollte relativ einfach zu identifizieren sein. Und wenn wir uns die Linie anschauen, dann müsste das das hier sein. Wenn ich nicht komplett falsch liege, das passt so in etwa zumindest. Oder es ist sogar hier. Das wäre sogar noch eine weitere Option. Lassen Sie mich mal schnell pausieren und ich schaue es mir nochmal an. Ne, ich glaube das hier war die andere Linie. Ansonsten wäre das zu weit nördlich. Also wir sind hier, die Russen sind hier gesichtet worden. Und das bedeutet, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Position dort bedeutet, dass sie sie genommen haben und halten, dass sie nicht nur dieses umkämpfte Gebiet nun wieder unter ihrer Kontrolle haben, sogar in das, sondern sogar in das von den Ukrainern befreite Gebiet eindringen konnten und dies zurückerobern konnten. Das heißt, hier haben wir im Süden konnten die Russen die Ukrainer sogar ein merkliches Stück zurückschieben. Zumindest wenn wir auf die Bildbelege schauen, die dementsprechend vorhanden sind. Ansonsten haben wir noch Nachrichten vom Brückenkopf am Dnipro. Dabei ist der, die Russen sind bislang bis auf weiteres nicht in der Lage, ihn einzudrücken. Die Ukrainer haben weiterhin Positionen inne. Die Hauptposition ist hier in der Nähe der Eisenbahnbrücke. Die wird wohl auch wieder zur Deckung genutzt, weil sie natürlich einen gewissen Schutz von oben bietet, solange sie noch nicht zerstört wurde. Und bei dem ursprünglichen Überschreiten des Flusses kamen wohl Einheiten von zwei Marieninfanteriebrigaden zum Einsatz in Größe einer Kompanie. Es gibt auch immer wieder Bilder und Videos tauchen auf, wo man Leute auf Booten sieht, wo dann nicht ganz klar geolokalisiert werden kann und wo so ein bisschen kryptisch getan wird. Aber zum Teil zumindest kommt mir die Belaubung eher wie aus dem Sommer vor. Also ich glaube, da sind vereinzelt auch, zumindest vereinzelt auch Aufnahmen aus Übungen mit hineingeschmuggelt. Also ist nicht ganz klar. Die Ukrainer konnten vorrücken und in die Ortschaften eindringen bzw. sie erreichen. Sie wurden mit Gegeneingriffen ein Stück weit zurückgeworfen und halten zumindest wohl wahrscheinlich noch am Rand der Ortschaften einige Positionen. Das ist nicht ganz klar. Wir können sicher sagen, dass sie in etwa, wie wir es hier auf der Karte sehen, das stimmen die meisten überein, dass sie dieses Gebet nun mehr oder weniger unter Kontrolle haben. Und die Russen waren nicht in der Lage, sie weiter zurückzuwerfen. Hier ist wohl viel sumpfig. Das heißt, die Russen müssen de facto mit Infanterie angreifen und treffen auf Infanterie. Und das macht es den Ukrainern natürlich leichter, das zu halten, weil sie eben nicht einfach mit einem mechanisierten Angriff ohne weiteres beiseite geschoben werden können. Sie halten also nach jetzigem Stand weiter einen Brückenkopf. Auch wahrscheinlich jenseits des Flusses hier. Das müsste die Konka sein. Genau. Jenseits der Konka halten sie weiterhin Positionen. Aber wir müssen hier klar sagen, ich sehe nicht, zumindest hätte ich nicht gesehen, dass wir schon schwere Waffen auf dieser Seite des Flusses haben. Es gibt vereinzelte Videoaufnahmen, auch von Angriffen auf Schleppkähne, die wohl zum Transportieren von Gütern über den Fluss benutzt werden sollen. Ich habe die nicht verifizieren können, wie weit die akkurat sind. Das ist häufig dann mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildgeräten, sodass es noch schwieriger ist, das zu identifizieren. Also da kann auch wieder sehr viel recyceltes Material sein etc. Aber zumindest wissen wir, dass sie hier sind. Und ich kann noch nicht bestätigen, dass schweres Material drüben ist. Das heißt Kampfpanzer, Schützenpanzer etc. Das würde eine ganz andere Hausnummer sein. Das heißt, wären wir technisch sicherlich erneut von einem Brückenkopf sprechen können, während die Ukrainer durchaus eine Chance haben, von diesem Brückenkopf aus mehr zu machen. Erst recht, wenn sie weiterhin hier am Ortsrand sind und damit in die Deckung der Häuser eindringen können. Dann, auch wenn dies der Fall ist, ist es natürlich nicht so, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage sagen könnten, die Ukrainer werden in der Lage auszubrechen und zeitnah vorzustoßen. Dazu werden sie rollendes Material brauchen auf Kette und auf Rädern. Und nichts davon scheint zum jetzigen Zeitpunkt auf der anderen Seite des Flusses zu sein. Das heißt, wir haben es mit tatsächlich laufenden Infanteristen zu tun. Und die können natürlich keinen Durchbruch erzielen und dann auch noch ausweiten. Das ist schlicht zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Wenn sie es natürlich schaffen, sich in den Ortschaften festzusetzen und dann dieses gleiche langsame Vorschreiten beginnen und dieses ein bisschen erfolgreicher ist als südlich von Urihe, dann kann sich das irgendwann ändern. Aber während sie technisch über den Fluss sind und technisch gesehen auch einen Brückenkopf halten und auch gezeigt haben, dass sie mit diesem was machen können, sollten wir nicht erwarten, dass hier jetzt ein schneller Ausbruch kommen wird, der irgendwie die russische Front aufrollen wird oder irgendetwas Fantastisches wie dieses. Also im Sinne von Fantasterei wie dieses. Ansonsten haben wir allgemein, was das Allgemeine angeht, sind neue Satellitenbilder gemacht worden. Hier haben wir wieder unter anderem von Tatarigami. Hier, das ist der Flughafen von Luhansk. Und anhand dieser Bilder, es gab ja diese Angriffe mit Attackhams auf Luhansk, den Flughafen, und auf Berdiansk. Diese Flughäfen waren bislang mehr oder weniger außer der Reichweite. Außer natürlich jetzt von Stormshader und Sculp, die aber dafür für den Angriff auf einzelne Hubschrauber nicht wirklich geeignet waren. Und die zusammengezählten Verluste, die die Russen dabei erlitten haben, sind 21 Hubschrauber. Hier muss klar längst gesagt werden, wir reden nicht immer von Totalverlusten. Das hier ist ein Bild, was von einem dieser angegriffenen Hubschrauber sein soll. Wir sehen, dass das Glas an mehreren Stellen beschädigt ist. Wir sehen hier einen Schaden drin. Auch hier sehen wir etwas, das sieht zumindest auf den ersten Blick reparabel aus. Wir wissen natürlich nicht, was innen drin an der Elektronik zerstört wurde. Wir wissen auch nicht, wie die russischen Reparaturkapazitäten sind, wie weit Ersatzteile vorhanden sind, etc. Das heißt, wann so ein Hubschrauber wieder im Einsatz ist, und davon abgesehen wissen wir nicht, wie der Rest des Hubschraubers hier aussieht, also wann der wieder im Einsatz ist, können wir absolut nicht sagen. Das müssen wir natürlich sagen, aber 21, wenn man alle, alles zusammenzählt. Und man kann schauen, wo vorher Hubschrauber waren und vor allem kann man dann mit anderen Satellitenbildern abgleichen, ob der Boden sich verfärbt hat, was ein sehr guter Hinweis darauf ist, dass dort etwas gebrannt hat. Und anhand dessen ist die Bewertung, dass wahrscheinlich bis zu 21 Hubschrauber beschädigt und zerstört wurden. Wie gesagt, da ist ein bisschen Interpretationsspielraum drin und es ist alles andere als klar, wie schwer beschädigt die Beschädigten sind. Aber die Ukrainer, die erste Zahl waren ja etwa 10. Die Ukrainer, glaube ich, selber haben 9 beansprucht. Und es scheint so, dass sie tatsächlich die angerichteten Verluste erheblich zu niedrig angesetzt haben, dass möglicherweise bis zu 21 Kampfhubschrauber und Transporthubschrauber und dabei auch Hubschrauber, die für die elektronische Kriegsführung notwendig sind, also die richtig teure Elektronik an Bord haben. Da haben sie schwere, schmerzhafte Verluste erlitten. In dem Zusammenhang muss ich mich nochmal wiederholen. Das Ganze müssen wir natürlich in den Kontext mit der ukrainischen Gegenoffensive setzen, die, über die wir hier gesprochen haben, wo wir hier jetzt sagen, dass die Ukrainer stolz melden können, dass sie 100 Meter vorgerückt sind, aber selber an den anderen Ständen vielleicht 400, 500 zurückgeworfen wurden. Diese Gegenoffensive wäre sicherlich ein Stück weit anders gelaufen, wenn sich die US-Regierung entschieden hätte, die Attack Cams einige Monate früher zu schicken. Sie waren auf Lager. Das sind Attack Cams, die bereits ausgemustert waren. Das heißt, die von amerikanischer Seite nicht, die früher hätten bereitgestellt werden können. Und ich habe Ihnen in der Vergangenheit berichtet, dass wir, wenn wir uns die Analysten anschauen, die Meldungen aus dem Westen von westlichen Militärs und so weiter, kam immer wieder Kritik auf. Die Ukrainer würden sich nicht an die Doktrin der NATO halten. Nun, ich glaube nicht, die Doktrin der NATO bedeutet, man greift erst mal monatelang an, bevor man die Flughäfen angreift, sondern normalerweise greift man die Flughäfen an, bevor die Angriffe laufen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber diese Offensive wäre sicherlich ein gutes Stück weit anders gelaufen, wenn die Attack Cams den 24 Stunden vor den ersten Angriffen auf den Flughäfen eingeschlagen werden, wo dann nicht nur die Hubschrauber zur elektronischen Kriegsführung ausgefallen wären, sondern auch die Kampfhubschrauber, die die angreifenden Panzerspitzen zum Teil auch zerschlagen haben. Und die Panzerspitzen hätten natürlich ebenfalls Monate vorher fahren können, wenn man vorher geliefert hätte. Auch das sind Aussagen, die sich die Unterstützer der Ukraine im Westen, die Nationen, die das entsprechende Gerät jetzt liefern, aber vorher nicht geliefert haben, anhören müssen. Das muss man ebenfalls offen darüber sprechen. Ansonsten wurden die Verluste der Russen, werden immer mehr Verluste der Russen bei Avtivka katalogisiert. Wie gesagt, seit ungefähr zwei Wochen greifen die Russen dort jetzt an und haben eben versucht, Avtivka, was ebenfalls einer der Punkte ist, wo die Front nach wie vor hält und sie unter Druck sind, weil sie dort direkt auch vor Donetsk, einer der Hauptstädte ihrer sogenannten Volksrepubliken, sitzen immer noch Ukrainer. Das wollten sie beseitigen und haben dabei versucht, mit Gewalt durchzubrechen. Und während sie Erfolge erzielt haben, werden wir sehen, ich habe Ihnen ja auch jetzt frische Erfolge gezeigt, ist die sehr teuer erkauft worden. Inzwischen wurden auf Bildern und Videos mindestens 45 gepanzerte Fahrzeuge identifiziert. In Realität sind es wahrscheinlich noch mehr Verluste, die nur mit der Zeit dann herauskommen werden. Das entspricht einer gesamten Bataillonskampfgruppe, die also das Material einer gesamten Bataillonskampfgruppe, wurde de facto in drei bis vier Tagen, in wenigen Tagen komplett ausgelöscht. Und die seriösen Schätzungen gehen inzwischen von mindestens 3000 an Verlusten aus, also Gefallenen und Verwundeten, die die Russen in wenigen Tagen bei AfDFK erzielt haben. Auch hier gibt es zum Teil zumindest Bildbelege, die das ziemlich deutlich illustrieren. Da gibt es ganze Felder von Gefallenen, wo wirklich ein Tod daneben dem anderen liegt. Auch das gibt es, aber das kann ich Ihnen hier natürlich auf YouTube nicht zeigen. Wenn Sie das wirklich sehen wollen, dann finden Sie es ziemlich sicher problemlos, beispielsweise auf Twitter, wenn Sie nach den entsprechenden Stichpunkten suchen. Ansonsten ist noch ein ukrainischer Angriff auf Sevastopol gemeldet und auf die Krim. Gerade frisch kamen noch Meldungen rein, dass es wohl Explosionen in Sevastopol geben sollte. Ansonsten hatten die Russen gemeldet, dass die Ukrainer mit zwei ballistischen Raketen die Halbinsel angegriffen haben. Hier entscheiden sich die Geister von Seiten der russischen Milblogger, was eingesetzt wurde. Entweder S-200, was ein Flugabwehrsystem ist, was die Ukraine nicht mehr im Dienst hat, aber wo sie ganz offensichtlich eben noch ein paar Raketen haben. Und zum Teil haben sie die eben umgebaut, damit sie für Angriffe gegen Bodenziele zum Einsatz kommen können. Entweder wurden zwei dieser S-200 eingesetzt oder aber Chim 2 die ukrainische selbstentwickelte ballistische Rakete. Wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass nicht ganz klar ist, wie oft die Chim 2 überhaupt zum Einsatz kommt und wie viele dort überhaupt existieren und wie viele dort neu gebaut werden. Denn in vielen Fällen sind sich die Beobachter einfach nicht klar, ob das eine S-200 oder eine Chim war. Wir wissen, dass es Einsätze gibt von ballistischen Raketen, aber welche genau das sind, ist natürlich nicht klar. Und das wäre schon ein bedeutender Unterschied, ob die Ukraine alte noch vorhandene Raketen zum Einsatz fertig machen oder komplett neue bauen, ist offensichtlich natürlich ein wichtiger Unterschied, den wir aber zumindest bislang nicht hinreichend klären konnten. Ich habe noch viel mehr Informationen über Truppengeneration, über die Probleme, die die Russen mittelfristig haben werden, was es an Munitionsproduktion gibt etc. pp. Aber das werden wir morgen in dem Lagebericht durcharbeiten. Morgen haben wir ja den Lagebericht, den längeren, zusammen im Livestream um 20 Uhr deutscher Zeit. Dort gehen wir auf Truppengenerierung ein, auf politische Zusammenhänge. Wir werden dann wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Dinge wieder über Israel machen, denn ich werde heute kein zweites Video machen. Dort werde ich Ihnen dann ebenfalls ein paar Informationen machen und anschließend kommt eine Frage-Antwort-Runde. Das heißt, wenn Sie daran Interesse haben, möchte ich Sie natürlich einladen, morgen dabei zu sein, 20 Uhr deutscher Zeit. Und wenn Sie, wie gesagt, wenn Ihnen das gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn Sie den Kanal abonnieren und den Daumen hoch klicken und die Glocke klicken, damit Sie Dinge wie den Livestream nicht verpassen. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hilft der Daumen hoch hier richtig gut, auch mit dem Algorithmus, um sozusagen YouTube zu sagen, dass Ihnen das gefallen hat und damit das Video mehr Leuten gezeigt wird. Außerdem möchte ich Sie einladen, einen Kommentar zu hinterlassen, was Sie glauben, wie weit die gesamte Initiative nun, die strategische Initiative, wenn man so will, von der russischen, von der ukrainischen auf die russische Seite übergeschwenkt ist. Ob man schon davon reden kann und was Sie glauben, was mit Afgivka weiter passieren wird, tauschen Sie sich mit anderen Zuschauern aus. Auch das kann sehr interessant sein. Das war es soweit von meiner Seite. Dann danke ich an dieser Stelle herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch nochmal mein herzliches Dankeschön an all jene, die den Kanal Monat für Monat treu unterstützen, sei es hier auf YouTube als Mitglied, sei es auf Patreon. Im Besonderen möchte ich mich natürlich bedanken bei dem Patreon Oberstleutnant Nippelzwecker, wie auch bei den Patreon-Leutnant Andreas Donath, Dekunjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz, Plague Doctor, Troll Strings und Ulf Kipke. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre es sicherlich so nicht möglich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.